Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ich synchronisiere gerade nach, weil ich zu blöde war, die Audio abzuspeichern. Deshalb rennen wir manchmal ein wenig planlos durch die Gegend, ohne dass mein Kommentar dazu passt. Aber erstmal, G, was möchtest du? Der erste Schritt ist getan, aber nun müssen wir Shenzhen zu retten. Die Heilung von Shenzhen zu. Das ist viel schlimmer, als ich erwartet hatte, aber wir können es schaffen. Wir müssen alle Heiler Shenzhen zu zusammenträumen, um die Wunde zu schließen. Wir müssen Shenzhen zu retten. Findet so viele Heiler wie Yonuke, befreit sie, entbindet sie von anderen Aufgaben, tut, was immer ihr tun müsst, damit sie hierher kommen und diese Wunde heilen. Passt auf, dass ihr ihnen dabei nicht zustößt. Ja, dann prüfen wir erstmal die Essentivschloppen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es, wie in der Folge davor bereits erzählt, doch noch diese Heilquests gibt. Das heißt, ich hatte bloß die Reihe der Quests falschen Erinnerungen. Und jetzt helfen diesem Priesthood Allianz doch einfach mal, damit er helfen kann, Shenzhen zu surrender zu versorgen, damit die Schildkröte weiterleben kann und den Pandaren eine Heim bieten. Immer mehr für ihre Jetschen. Priester, los, lauf! Hilf! Schneller! Ach, schon wieder einer. Jetzt. Nein, bleib hier. Ja, dank. Wie viele da kommen, können sich die Matrosis-Vertum kümmern. Ja, wir sind schon fast durch unten. Wir sind in den Balken ja, wo wir eine aktive Heile haben. Aber wir befreien den Horden drüber nochmal, damit damit wirklich alles glatt geht. Weil das letzte Mal, als ich in diese Quest verfolgt und Illich habe, mit meinem Mensch, habe ich das jetzt nicht alleine getan, weil er nicht einfach zu kämpfen. Da habe ich knapp 20 Minuten gebraucht, glaube ich, weil mir die Heiler einfach immer wieder weggestorben sind. Da genauso viele Mobs rumraten, habe ich eben der Einzige, weil das geprügelt hat. Dann hat man gerade mal vier, fünf Heiler befreit gehabt. Und dann haben die schon wieder auf die einen geprügelt und die anderen gelebt. Ja, jetzt sind wir schon durch. Wir können die Kurs abgeben. Wir müssen aber trotzdem diesen Horden drüber fragen. Wir sind ja ein gerechtschaffender Panda, der sich immer noch entschieden hat, auf welche Seite er nun gehört. Und erzählt mir Gina schnell, diese kleinen Fähre umzubringen. Und los, lass uns hinrichten. Hinricht her. Los, Gina. Ich habe Chindles' Wunder gemacht. Schön, euch zu sehen. Ich habe einen noch eindrucksvolleren Eindruck, wenn ihr unter Druck steht, Sinderos. Ohne euch hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Ich glaube, es funktioniert. Die Blutung scheint gestoppt zu sein. Ich wusste, dass es klappen würde. Ja, und damit sind wir Level Up, Stufe 12. Funktioniert. Die Wunde schließt sich. Wir haben alles riskiert. Aber wir haben es geschafft. Shen Sinzu wird wieder gesund. Ja. Wunderheilung. Wunderheilung. Aus einer blutenden Wunde wird eine wunderschöne Landschaft. So, G. Was möchtest du denn jetzt noch von uns? Nee, möchtest du gar nicht. Dann möchten wir erst mal gucken, ob wir neue Sachen haben. Wie diese Rüstung zum Beispiel. Aber sonst finden wir nichts Neues. Außer vielleicht diese Hose. Jetzt war es das, Anna. Komm. Ja. Jetzt war es das. Okay, G. Doch nicht, G. Ach ja, genau. Wir haben einen Spott bekommen. Spott legen wir auch gleich rein. Stellen dann alle dummerweise fest, dass das Ziel verspottet wird, damit es euch angreift. Und es erhöht die Bedrohung für drei Sekunden gegen dieses Ziel. Dummerweise brauchen wir dafür Verteilungshaltung oder Gladiatorenhaltung. Und wenn wir das in Kampfhaltung benutzen, versetzt es uns automatisch in Verteilungshaltung. Willkommen. Ich habe getan, was getan werden musste, also nur was. Und es hat funktioniert. Es hätte alles viel schlimmer hätten können. Hätten wir nicht gehandelt. Ich wünschte nur, dass Eiser das verstehen würde. Es wird noch genug Zeit zur Besinnung geben. Aber wir müssen zuerst zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurückkehren. Wir müssen sie wissen lassen, dass Shen, Shen, Su, gerettet wurde. Und wir müssen über das Schicksal dieser neuen Verbündeten entscheiden. Ja, Katz und Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurück. Das machen wir doch direkt. Wir entscheiden uns, einfach mal einen Waldspaziergang zu machen. Hölfaden haben wir jetzt so oft gemacht. Das müssen wir nicht nochmal machen. Aber erstmal gucken, was da schon wieder abgeht. Die scheinen sich prügeln zu wollen. Ich dulde eure Anwesenheit nur um unserer neuen Verbündeten willen. Übertreibt es nicht, Mensch. Haltet euch zurück, Tauren, bevor ich euch wieder in Ketten lege. Tja, mal zur Jojo-Stelle. Ich glaube, die sind fertig. Na dann. Hier ist übrigens der Karren, mit dem wir nicht fahren. Wollen wir uns jetzt zuerst einfach mal die schöne Landschaft angucken. Hier, wo eben doch noch eine Spur an der Wunde war, ist plötzlich ein kleiner Hain mit einem Baum drin. Von dem wir uns jetzt ein Screenshot holen wollten, für das Pfand näher. Aber zu lösen, diesen Berg zu erklimmen. Und deshalb belassen wir es einfach. Suchen wir uns eine neue Location. In diesem herrlichen Wald. Aus Bambusrohren. Nicht wirklich Bambusrohre sind. Und eigentlich haben Bambuspflanzen, oh keiner, haben oben schon Blätter, Palmen-ähnliche Wedel, aber nicht diese Riesenteile, die hier drin sind. Das ist mehr so ein mittel-europäischer Fichtenwald. Mit Bambusstöcken unten drunter. Ja, alles schön asiatisch angehaucht. Wunderschön. Hier sind immer noch ganz viele Leute dabei, die Krieger zu erleben. Aber wir sehen jetzt erstmal die Map. Das ist die Map in ihrer Gesamtheit. Man sieht die Schildkürte. Ganz gut. Wir haben die ganze Map gereist. Und jetzt gehen wir erstmal um zum Haus, gucken, ob da irgendwas ist. Und natürlich gehen wir erstmal verkaufen. Wir haben ja wieder ein bisschen Schrott hier mit uns rumliegen. Raus damit! Nämlich unsere ganzen Rüstungsteile, die wir nicht mehr brauchen. Schnell weg damit. So. Seid sicher. Ist hier noch irgendjemand, der uns helfen kann? Ach, Kogga. Ganz schön schnell hinbekommen, was? Kannst wohl fliegen. Naja. Erstmal einen schönen Waldspazier machen. Und Schuppentier. Platzt das, wenn wir das angreifen? Erstmal testen. Hinrichten. Nein. Es ist nicht geplatzt. Schade. Egal. Dann gehen wir jetzt doch mal weiter über den Waldboden. In einem schönen Spaziergang. Oh. Was ist denn das? Da gehe ich jetzt hin. Au. Das sieht aus wie Bären. Mh. Superblockbären. Mh. 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 Au. 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 Mein Magen. Au. Uua. Au. Ja. Sowas passiert mit kleinen, gefräßigen Pandas namens Sindoras. Die fottern einfach alles. Aber gegen einen verdorbenen Magen hilft natürlich immer ein schöner Bergspaziergang. Und diese Bergspaziergang ist sowohl erfrischend als auch sehr beruhigend. Und da sind wir schon wieder in Panda City. Und da ist Eiser. Ist das Eiser? Gehen wir doch mal gucken. Sieht aus wie Eiser. Sie weht wie Eiser. Es ist... Grüße. Nicht Eiser. Schade. Es ist schon die Friedliche. Na ja. Dann suchen wir halt weiter nach Eiser. Oh nein. Da gibt es etwas. Da gibt es was zu verkaufen. Und mit dem können wir reden. Da gehen wir. Hallo. Wer bist du denn? Hälteste Eichentatze. Berichtet mir von euren Reisen. Gucken wir uns die doch mal an. Guckt es uns Berufe. Los. Sammelberufe. Ess-Sammelberufe. Bergbau. Bergbau wollen wir eh. Los. Lernen. Ja, natürlich. Möge der rote Kranich für immer in eurem Herzen wohnen. Und? Nächster. Welche Weisheit sucht ihr? Kommt es uns Berufe. Wir wollen Schmied machen. Aber wollen wir wirklich Schwieg machen? Wir können auch Verzauberungskunst. Oder Ingenieur. In Schriften wäre Schwachsinn. Oder Juwe. Oder Schneidern und VZ. Ja, Schneidern und Verzauberung wäre auch okay. Aber eigentlich sind wir Krieger. Und Krieger müssen sich ihre Sachen selber craften. Weil wir können uns unsere Rüstung und unsere Waffen bauen. Mit Schmiedenkunst und Bergbau. Ich bin weit gereist um diese Waren zu lernen. Also, Lern. Ihr seid herzlichst willkommen. Lernen. Ja, unterrichtet mich. Möchte ich lernen. Und los. Ja, ja, ich werde Schmied. Oh, Kopfhörgern. Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Jetzt geht er rein. Familie, Freunde, Lern. Ein Panda ohne Bier. Was ist denn das? Los, komm. Getränke. Wollt ihr etwas kaufen? Hier gibt es nichts, was wir trinken möchten. Schade. Kein Bier. Die nächste Runde gab es mir. Du hast Speisen. Hier kaufst du irgendwas Sinnvolles. Seht euch um. Nicht euch Zeit. Aber hier. Gastwirtern, komm. Kein Problem. Aber jetzt gibt es mir was zu trinken. Los. Gibt es mir was zu trinken. Welche Weisheit sucht ihr? Schade. Da gibt es Speisen. Sun, hast du andere Speisen? Bitte schaut euch meine Waren. Das ist ein Schaden. Naja, oben ist aber noch jemand. Bei Hua. Hey, die Bardame. Du hast aber nichts zu trinken. Mann. Lebt wohl. She? She hat Getränke. Los. Komm, She. Gib mir Bier. Gib mir Bier. Nein. Wollte etwas kaufen? Es ist wieder kein Bier. Ach, nö. Weiter geht's. Ja, ein Pandaren Brauhaus oder Bier. Hey, Schwarzwald. Hast du Bier? Nein, du hast kein Bier. Schaden. Aber die Stufen, hey, die können wir jetzt endlich mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein, elf, zwölf. Elf, zwölf, dreißen, vier, zehn, vier, zehn, vier, zehn, siebzehn, acht, neun, zehn, zwanzig, zwanzig, ein, zwanzig, ein, zwanzig, und wieder runter. Na, ne. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 35, 36, ja 36, und wieder runter, 35, ok, alles gut, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 42, 43, 44, 45, 46, 46, hmm, erstmal den Ausblick genießen, werde ich meditieren, und jetzt haben wir uns erzählt, oh nein, 46, 46, ja komm, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, und 54, ok, 54 Stufen, So, Geist vom Meister Scham, dann nimmst du uns nochmal mit. Vergesst Verletzung, aber vergesst niemals nicht. Und sogar noch mehr, ihr habt Shenzhen zugerettet, ihr habt einen alten Meister sehr stolz gemacht. So, wir sind hier. Diese neun Verbündeten haben uns Aufschluss über eine große und wichtige Wahrheit gegeben. Nicht nur Shenzhen zu geht es schlecht, sondern dem ganzen Land jenseits der Wolken. Die Welt muss geheilt werden, und ich glaube, dass ihr ihre Heiler sein solltet. Ich möchte, dass ihr, Ji und Aiza, aufbrecht, um eure Stärken und Weisheit in die Welt zu tragen. Die Allianz und die Horde mögen verschiedene Ideale haben, doch tief in ihrem Inneren verfolgen sie beide edle Absichten. Ihr sollt selbst entscheiden, wer euch begleiten wird. Sprecht mir den Geist vom Meister Scham und entscheidet, wen ihr es zieht. Und das machen wir doch sofort. Ihr alle habt mit der Rettung von Shenzhen zu etwas Großes geleistet. Ihr macht uns alle stolz. Es scheint, als wären eure Reisen noch nicht vorüber. Diese neuen Verbündeten stammen aus einer zerrissenen Welt, die unsere Hilfe brauchen könnte. Meister Shang-Chi, ich würde die Allianz gerne in ihrer Heimat mitladen. Was ist mit euch, Ji? Werdet ihr die Horde auf ihrer Rückreise begleiten? Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Mir gefällt, was ich von ihnen gesehen habe, und es klingt, als ob ihre Welt meine Hilfe gebrauchen könnte. Und ihr? Wohin werdet ihr? Ja, das ist eine Frage. Die können wir nicht beantworten. Wir fragen, wer ist man, Ji? Ji-Etsi-Rama. Dieser Tag scheint voller schwerer Entscheidungen zu sein. Der Mut, sie zu treffen, ist unabdingbar. Um unser aller Willen. Ich tat, was getan werden musste, um unseren Untergang abzuwenden. Doch nicht alle sehen das so. Es wird Zeit, dass ich Shenzhen zu verlasse, damit jene hier von der Bürde und der Wahl befreit werden, und ich für eine größere Welt kämpfen kann. Ich kenne Korga erst seit kurzem. Doch wir könnten Brüder sein. Wäre er nicht in eine andere Haut gewohnt. Ich wäre stolz, solche Nunbrut und solche Ehre an meiner Seite zu wehen. Nach dem, was wir zusammen durchgestanden haben, könnte doch ihr mein Bruder sein. Ich hoffe, ihr kommt mit uns. Verstehe jedoch, dass dies eine schwere Entscheidung ist. Ja, Ji, dann fragen wir euch jetzt mal Aiza. Was sagst du zur... Was sagst du zur Allianz, Aiza? Ich weiß, dass nicht allein der Weg, der Tushu, zur Weisheit führt. Aber es gibt dennoch manches, was wir nie akzeptieren sollten. Risiken, die zu hoch sind, als dass man sie je auf sich nehmen sollte. Entscheidungen, die man nie vergeben könnte. Es wird Zeit, dass ich Shenzhen zu verlasse. Ich habe Respekt für Delora Löwenherz und ihre Tapferkeit gefunden. Und was sie über die Allianz erzählt, ist vielversprechend. Ob ich dort mein Zuhause finden werde oder nicht. Wo noch immer meine Reise mich führen mag, werde ich der Welt die Insel zu dieser Inseln zu helfen dachten. Trotz allem habe ich die kurze Zeit genossen, die uns bliebt, sind Noras. Ich hoffe, ihr begleitet mich und weiß jedoch, dass die Entscheidung eine schwere ist. Ja, wir entscheiden uns. Delora, was sagst du dazu? Ihr seid uns willkommen, Herr Lahren. Ihr seid unser erstes bisschen Glück. Ja, das sind wir wohl. Wir sind euch wohlgesonnen, Alla. Dann werden wir uns jetzt wohl erst mal zurückziehen auf unseren Meditationsstuhl. Kommen wir da hin? Ja, da kommen wir hin. Bestimmt. Vor euch geht es also hier gleich weiter. Und ich laufe kurz zum Meditationsstuhl. Bis gleich. Ja, da sind wir nun also angekommen am Tempel der Fünf-Morgendämmerung, unserem Meditationsstuhl und befragen dort den großen Panda. Großer Panda, segne uns mit deiner Macht. Erfülle uns mit deinem Geist. Welche Seite sollen wir wählen? Sollen wir die Allianz oder die Horde wählen? Gib uns Rat. Die Horde. Die rote Seite. Die Blutseite. Oder die Allianz. Die blaue. Die Hoffnung. Das Licht. Gib uns Rat. Und erhör uns. Zeig uns ein Zeichen deiner Macht. Blau. Es wird die Allianz sein. Das Zeichen hat gesprochen. Meister, Schang, wir kommen. Wir kommen, um uns dir deine... Nein. Um dir unsere Meinung mitzuteilen. So, meine Güte. Was für ein Zung war hier so spät am Abend. Tja, Meister. Wir haben uns entschieden. Glaubst du nicht, ne? Guck mal hier. Meine Zeit ist bald vorüber. Ich habe mich entschieden. Doch eure Zeit nähert sich rasch. Dort draußen ist eine zerrissene Welt, die eure Hilfe gebrauchen könnte, mein Schüler. Habt ihr euch entschieden, wen ihr eure Reise begleiten wollt? Haben wir. Wählt euer Schicksal. Die Allianz, die Edelvölker der Allianz, verbindet ein Band stolzer Traditionen von Großmut, Ehre, Treue, Gerechtigkeit und Hingabe. Ob durch technische Arkane oder spirituelle Weisheit, alle Mitglieder der Allianz tragen ihren Teil zu einer friedlichen und gerechten Welt bei. Tretet der Allianz bei, um für ihre Herren Ideale in ganz Azeroth und darüber hinaus einzustehen. Für die Allianz, die Allianz beitreten. Oder die Horde. Die stolzen Völker der Horde stellen einen losen Zweckverbund gegen eine Welt dar, die sie am liebsten vernichten würden. Die zielorientierte und unbestimme Horde schätzt Stärke und Ehre, hat aber bisweilen mit ihrer eigenen Aggression zu kämpfen. Schließt euch der Horde an, um für eine Welt zu kämpfen und ihre Völker freilegen können für die Horde. Tja, mit wem schließen wir uns an? Was machen wir? Das werdet ihr sehen, und zwar in der nächsten Folge. Ich bin danke für mich, fürs Zusehen, kommentiert, abonniert, bis dann. Tschüss.